Jo yeah und willkommen zu einer weiteren PvP Runde und ähm endlich geht es jetzt mal in die 3er PvP Arena oder äh 4er meine ich ja das erste Mal dass ich das jetzt ähm aufnehmen bzw das zweite Mal weil gestern hab ich das schon mal aufgenommen und wird hier erst und ähm ja dann es ist leider abgebrochen wir hätten und gewonnen aber schade war das halt so ähm wer ausgeschaltet wurde kann erst wieder in der nächsten Runde einsteigen wer wird gewinnen so Schurke Schatten, Gelärte die Wetten abzuschließen nochmal schnell den Buff aktivieren und ja die Runden gehen eh ziemlich schnell und ähm ja deswegen dachte ich dass ich das nochmal aufnehmen kann ähm ja so so jetzt fängt es an unsere Gefährten schicken wir nochmal schnell los ich lasse die immer alles schicken das ist immer ganz schön effektiv so ähm so ähm wir sind Schaden ist hier auch so gelistet ist auch gut so weil Tank ist nicht so meine Rolle die ich so mag was macht der denn da so da hinten sind die Gegner ok ähm unsere Leute gehen hier lang so das wohl unser erstes Opfer so dann nehmen wir uns ihn vor bisschen Schaden auf Zeit Zeit so zwei Medaillen glaub das sieht doch ziemlich gut für uns aus so ähm 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 so das nehmen wir diese Schurke nehmen wir uns als nächstes vor ähm 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 und ich glaube das war es hinbekommen dass wir ähm dieser Faulwurm ist ein geborener Froschungskiller die Runde ist vorbei sie geht an die Froschunde sehr gut so ähm ähm das sieht doch genau so aus wie man es will noch sind wir ja noch nicht fertig geht in die zweite Runde jetzt und so ähm ja ich hab's am Ende nicht dass es so wieder Leute gibt die sagen ne ich will nicht auf YouTube also beziehungsweise denken dass sie dann unter Druck sind ähm die nächste Runde steht gleich auf die Plätze fertig los geht's mit den grausam Falten ähm 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 ich warte hier die können sich alle unsichtbar machen ja fast alle so 37 32 und das ist so ähm die 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 wir sagen geht zuerst und dann zack meister stark los leute schade so alle deren viele zuerst killen sorry dass ich jetzt eine kurze Zeit kein pvp gemacht habe ich hab so ein bisschen anderes erst mal gemacht ähm ja ich hoffe das fand ich nicht so schlimm bisschen Attentäter noch was dazu so dass deren jede hüter so zwei von denen sind weg oder irgendwo versteckt so 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 Ähm, ja Ich verstehe nicht, was da jetzt los war Ähm, bald sollte Ein nächster Part, äh, wiederkommen Weil das 31.000 EP Ist doch ganz okay Ähm, ja, kommentiert und abonniert Würde mich sehr freuen, ähm Gebt auch mal eine Bewertung ab Und dann sehen wir uns im nächsten Part Ciao